Hallo liebe Zuschauerinnen und Zuschauer von Teleschwammerdingen. Wir haben aufs neue Jahr eine kurze News für Sie bereit. Wir haben sämtliche oder fast die meisten alten Beiträge jetzt in bessere YouTube-Qualität gepostet. Das bedeutet, Sie haben jetzt die alten Beiträge mit weniger Pixel. Es lohnt sich also ab und zu die alten Sachen anzuklicken und die in bessere Qualität wieder einmal aufleben zu lassen. Im Weiteren wünschen wir Ihnen alles Gute, einen guten Rutsch, das von uns vom Team Teleschwammerdingen und vom Verein Teleschwammerdingen. Wir wünschen Ihnen alles Gute, nochmal einen guten Rutsch und Prost deinen Weg.